Ja, hier sind wir gerade in einem Elektro-Laden. Einer der letzten in München oder Bayern. Es gab aber noch den Kornrad. Kornrad hat leider dicht gemacht. Ja, ist auch nicht mehr da. Kornrad hat dicht gemacht angeblich, weil die Grünen im Tal die Parkplätze abschaffen wollten. Dann läuft natürlich kein Geschäft mehr. Und jetzt haben wir endlich noch einen Laden entdeckt für Bastler oder Fernsehtechniker, wo man wirklich noch viele, viele Teile gibt. Und mir ist erlaubt worden, dass ich hier ein bisschen filme. Also cool, wer was zum Basteln braucht oder Fernsehtehniker, die irgendeine Stereo-Anlage reparieren. Hier gibt es viele, viele Sachen, die es sonst nirgends mehr gibt. Und Internet kann man ja vergessen, ist alles ein bisschen kompliziert. Aber hier kann man herkommen und kann sich schöne Produkte anschauen oder auch kaufen. Ah, da haben wir sogar teilweise Trendraffus da. Genial. Also das macht halt den Freaks, die sich ein bisschen mit Elektronik auskennen. Macht es Spaß, hier ein bisschen zu schauen. Hier viele, viele Teile. Also wer Widerstände und so weiter braucht, der kann sich hier echt umschauen. Der kann natürlich vorher anrufen, ob alles da ist. Und lauter Schachteln, was natürlich einem Sammler wirklich das Herz aufmacht. Es gibt hier alle Stecker, Adapter, Akkus, Batterien. Und jetzt gehen wir da noch ein bisschen durch. Alle möglichen Sachen, die wirklich hier, da solche Adapter, da habe ich selber auch noch vor 20, 30 Stück, muss ich mal schauen, ob ich die hier abgeben kann. Lämpchen, Lämpchen, auch toll. Starter. Und hier sogar noch Schrauben. Braucht man nicht zum Baumarkt gehen. Und was noch interessant ist, wer sich interessiert, hier Videorekorder, da gibt es hier ab 30 Euro. Alle möglichen Sachen. Also wer sich für Elektronik interessiert, der freut sich, dass er hier noch einen Laden findet, wo er einkaufen kann. Die Adresse, die blenden wir nachher dann noch ein. Also hier ist alles möglich, was das Herz eines Bastlers begehrt. Und hier sogar noch, also ich weiß das natürlich als Techniker, das sind Hörmuscheln von einem Telefon. Also super cool. Adapter und so weiter und so weiter. Natürlich auch moderne Sachen. Es gibt ja auch noch so Antennenkabel, habe ich auch noch viel. Oder hier Potentiometer. Die kriegt man auch nirgends mehr. Weil die Läden sind alle aus München verschwunden. Und jetzt gibt es hier wenigstens noch einen Laden, der so was hat. Telefone, alles was es so gibt, kann man es eben hier anschauen. Das Internet wissen wir ja selber. Da kann man nicht alles so sehen, wie man es halt sehen will. Und dann gibt es hier wie, oh Potentiometer, ganz cool. Sind sogar billig, 1,50 Euro ein Potentiometer. Ist ja geschenkt. Viele, viele Teile. Jetzt schauen wir hier nochmal. Widerstände, Dioden, bar. Also alles in großen Mengen. Was das ist, wissen wir jetzt nicht. Schaut aus wie ein UFO. Ja, also zu empfehlen, werde einmal kommen. Und hier gibt es noch Kondensatoren. Elektrolytkondensatoren. Braucht man ab und zu mal. Zum Beispiel, wenn man so einen Spannungswandler hat, der die Spannung von 12 auf 230 Volt wandelt. Da sind viele Kondensatoren, die oft kaputt gehen. Antennenkabel, Antennenstecker. Ohne Ende. Wirklich super. Also da weiß man, wenn man hierher kommt, da kriegt man eigentlich fast alles, was man sich schon will. Sogar hier kleine Jagie-Antennen. Das sind kleine Richtantennen. Und Bauteile, Bauteile, Bauteile. Und Kühlbleche braucht man natürlich auch immer mal, wenn man irgendwas bastelt. Also herrlich. Und den Mitarbeiter, dem ich gerade gesprochen habe, der weiß auch in welchem Eck welche Schachtel ist. Der weiß es ziemlich genau. Es ist interessant, hier sind tausende von Einzelteilen. Aber der Mitarbeiter weiß, wo was ist. Und das ist sogar ein Kühlteil. Ganz interessant für Computer. Also alles, was das Herz begehrt. Jetzt schauen wir hier nochmal ein bisschen. Stecker-Adapter. Oh, auch hier zum Beispiel Stecker für kleine Netzteile, die man eigentlich kaum mehr irgendwo kriegt. Weil es gibt so viele verschiedene Stecker-Netzteile. Und das Zeug ist auch mal für einen Euro natürlich geschenkt. Das ist ja hier Ameisenverkauf. Und den Buchsen habe ich selber auch noch viele. Also Leute, kommt hier vorbei, wenn ihr mal Elektronik sucht. Da gibt es dann auch Widerstände. Widerstände, Potentiometer ohne Ende. Dann gibt es hier Sicherungen. Sehr gut, dass ich das hier auch nochmal sehe. Weil man braucht nicht unbedingt immer 100 Stück, sondern vielleicht bloß ein paar. Die kann man sich dann hier kaufen. Auch geschenkt, wenn man sieht, so ein Sicherungsding. Quasi nur 2,20 ist alles geschenkt. Ein Wunder, dass dieser Laden überhaupt bei so günstigen Preisen existieren kann. Jetzt schauen wir hier nochmal. Lauter verschiedene Fächer und wieder Rekorder ohne Ende. Und wieder Bauteile. Da sind Nixie-Elemente, die kennen die Leute kaum mehr. Leuchtdioden. Alles Mögliche. Da schauen wir nochmal. Das sind auch wieder Widerstände, Dioden. Und was noch sehr interessant ist, wenn jemand mal ein Kabel sucht. Genau, hier findet man Lautsprecherkabel. Ganz interessant. Sucht man auch mal. Am Meter kriegt man ja fast nirgends mehr. Und was noch sehr interessant ist, was mich jetzt natürlich persönlich begeistert. Hier gibt es Schrumpfschläuche. Man braucht doch mal einen Schrumpfschlauch, um irgendwelche Kabel zu isolieren. Die gibt es hier. Die kann man ja meterweise kaufen. Ganz genial. Also wirklich, da schlägt das Herz eines Bastlers natürlich höher. Dann sind noch Ventilatoren hier noch da. Und dann gibt es kleine Minimotoren. Da schließt man eine Solarzelle an. Und dann würde der Motor laufen. Also wirklich geil. Kenne ich alles als Techniker. Und Lüfter. Und sogar ein paar Patronen für Drucker. Also hier ist alles bunt gemischt. Ein paar Lautsprecher. Ganz cool. Schauen wir mal, was die Lautsprecher kosten. 2,95 Euro. Auch toll, da haben wir für 2,95 Euro Lautsprecher gelten. Und hier sind kleine Lautsprecher in einem Gehäuse, die man haben garantiert. Einen guten Klang. Auch cool. Und die WA. Hier haben wir nochmal Lautsprecher. Die kann man sich irgendwo ins Armaturenbrett einbauen. Also super. Und da gibt es dann noch sogar Transformatoren. 2,95 Euro ist natürlich geschenkt. Also hier gibt es Sachen, die man sonst nirgends mehr in München bekommt. Hier Trafos-Spulen. Und hier große Trafos. Leute, da müsst ihr hier vorbeikommen. Müsst ihr euch das anschauen. Oder ihr ruft es an. Aber der Laden hat wirklich viele, viele Sachen. Und ist empfehlenswert. Also Transformatoren. Hochspannungstransformatoren für Fernseher. Zeilendrafo haben sich die genannt. Und da gibt es auch hier noch irgendwelche Fernbedienteile. Also Leute, ich kann es euch nur empfehlen.